Felgenreinigung Volvo V 70. So, was habe ich mir besorgt? Felgenreinigungstücher, denn nämlich nach der Waschanlage sehen meine Felgen immer noch so aus. Nicht so toll, seht ihr das? Da unten ist noch was Dreck. Da ist noch was Dreck. Also versuchen wir es einfach mal mit dem Felgenreinigungstücher. Mal gucken, ob die was taugen. So. Also. Ein bisschen geht weg. Ich glaube, das dauert ein bisschen. Boah. Hm. Joa. Passt schon. Machen wir ein bisschen weiter. So, nach 10 Minuten schrubben und zwei Tücher habe ich benutzt. Das ist total dreckig. Muss ich sagen, man sieht es schon, aber ihr seht diese ganzen, wie soll ich sagen, gelben Stellen sind immer noch nicht weg. Ich glaube also, da brauchen wir was Aggressiveres. Also es ist viel Arbeit, muss ich sagen. Ich finde es jetzt nicht so der Burner, weil ich glaube, mit Spülwasser und einem Schwamm würde ich das auch so hinkriegen. Naja, also Felgenreiniger ist nicht so der Burner. Vielleicht gehe ich auch lieber zur Premium Wäsche. Aber trotzdem, danke fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, wenn ihr wollt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.